Ich finde es halt schlimm, wenn jemand stehen bleibt und sich gar nicht, weißt du, und sich komplett verschließt. Ja, und das denke ich, das ist für unser Alter, ist das für uns beide sowieso, weil wir andauernd Kontakt mit Jugendlichen haben, Workshops machen. Also wir sind ja andauernd mit der Quelle des Neuen tagtäglich einfach konfrontiert. Wenn wir jetzt da mit so einer Einstellung kommen würden, ja, es ist nur der und der Sound oder es gibt nur den und den Style, der wahre Style. Wenn wir nicht offen wären für alle möglichen Einflüsse oder Ideen, die die neue Generation bringt, ne, Digga, dann sind wir eigentlich fehl am Platz. Nee, dann funktioniert das auch nicht.